Ich fühle mich nicht mit diesen Krankheitserregern, wie zum Beispiel der Salmonellen, klar, und die bekommen dann die gleichen Krankheiten wie wir Menschen auch. Deswegen halten wir auch mal die Leute daran an, nichts hier zu unseren Schimpansen rüberzuschmeißen, gerade kein Futter, aber auch keine Äste, die hier gerade runtergefallen sind und denken so, ach na, das ist ja von hier, das kann man einfach rüberschmeißen. Aber genauso wie sie unsere Tiere anstecken können mit diversen Krankheiten wie Erkältung oder dergleichen, kann der Affe sie auch anstecken, wenn er zum Beispiel den Ast wieder zurückschmeißt. Das finden sie ganz lustig, aber sie wissen ja gar nicht, ob der vielleicht eine Durchfahrerkrankung gerade hat und dann haben sie nicht gleich in Krankheiten. Und das wollen wir natürlich hier vermeiden. Dann sind die Schimpansen natürlich auch sehr intelligente Tiere und dahingehend sind wir natürlich bei uns hier im Zoo auch in der Pflicht, das zu fördern, dass unsere Tiere hier Spaß und Abwechslung haben. Da haben wir hier bei uns im Zoo einige Sachen auf Lager, dass das der Fall ist. Zum Beispiel, sehen Sie unseren Kalle hier so fest installiert, so einen künstlich nachgestellten Thermitenhügel. Da sind an der Seite überall so kleine Löcher drin. Und der Thermitenhügel ist hohl. Und in den Innenraum können wir lange Plastikröhren ranschrauben. Und diese Plastikröhren füllen wir dann mit verdünntem Naturjoghurt. Verdünnt mit ein bisschen Wasser, damit die Sache schwieriger ist. Es ist nicht ganz so dickflüssig. Da müssen wir in der Natur auch mit ganz langen Stöckern da reinzustochern und ganz langsam den Mokot rauszuziehen. Da sind sie eine Weile mit beschäftigt und haben auch sehr viel Freude dabei. Und einige Tiere haben bei uns einen Trick auf Lager. Die nehmen den Stock nicht ganz normal. Die nehmen das Ende und spreizen das auf wie so ein Pinsel. Da wissen ganz genau, da bleibt mehr Haften und hängt. Und es geht schneller und das ist ergiebiger. Und dann kann man auch bei dem anderen im Loch das Futter klauen. Und von solchen Sachen haben wir halt noch viel mehr auf Lager vorne. Wir haben auch noch mal fest installiert, so ein Beschäftigungskasten. Da kommt auch so in regelmäßigen Abständen über den ganzen Tag so kleine Futterpellets raus. Und gerade so verfressene Tiere wie unsere Buster zum Beispiel, die kann sich damit stundenlang beschenken. So, sieht man aber auch am Ende unserer kommentierten Sitzung. Noch die letzten Paprikas. Wir haben aber gleich noch im Anschluss um 14 Uhr noch eine zweite kommentierte Fütterung bei uns im Menschenaffenbereich. Unsere kommentierte Gorilla-Fütterung. Da müssen Sie nur bloß links hier den Weg weiter folgen. Da kommen erst unsere Orang-Utans, danach kommen unsere Gorillas. Sehen Sie ja schon große schwarze Affen. Ich glaube nicht zu verfehlen. Und würde mich freuen, wenn Sie mal vorbeischauen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag im Zoo Berlin. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 그래서 wir hier natürlich sind sehr froide. Es ist einer propagandestin. Ich glaube nicht zu.